Ah, es ist kalt. Hi, ich bin Nicole, ich bin von Digital Media. Ich bin Projektleiterin für den Media Production Bereich. Und wir sind hier in Berlin bei dem 58. Symposium von BME. Der ist da oben, Pixelfeder. Eng zusammengearbeitet habe ich mit dem Projektleiter Benni. Die Zusammenarbeit ist immer super mit dem. Also wir sind schon ein eingespieltes Team, würde ich sagen. Schöne, spannende Geschichte zusammen mit dem Digital Media gemacht. Content, Produktion und Technik aus einer Hand. Wie viel man einwandfrei kann man gerne auf den Kunden loslassen, die Kollegen und Kolleginnen. Das ist klasse. Ja, macht immer wieder Spaß. Das ist quasi wie Klassenpart hier. Ach, das ist er. Wir arbeiten in der Vorproduktion, unter anderem Hintergrundbilder, Intros, Trenner, als Dinger genannt, Bauchbinden, Countdowns, sowas alles. Am liebsten habe ich bei solchen Sachen, wenn man sich kreativ ausleben kann. Ich mache gerne den kreativen Part, Designs zu erstellen, was vielleicht gut aussehen könnte. Am schönsten ist ja immer, wenn die Kunden zufrieden sind. Dann habe ich meinen Soll erfüllt und geht mein Herz auf und das freut mich. Was mir in Digital Media so besonders gefällt, ist, dass wir ortübergreifend zusammenarbeiten. Es gibt quasi keine Grenzen. Also München, Hamburg, Dresden. Wir arbeiten immer eng zusammen, haben immer Kontakt. Es fühlt sich quasi so an, als ob sie einfach nur im Raum nebenan sitzen. Na dann, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.